ARD Text im Auftrag von funk So, das sollte, das hält. Also, jetzt ist das Kabel von der Stromversorgung im Navi mit dem Standlicht verbunden. Parallel zum Standlicht. Okay. Sprich, Moment, deswegen habe ich jetzt hier zu sehen, muss ich daran haben. Wenn du das Standlicht anmachst, ist auch das Navi an. Ja. Ja, warte mal, du bist zu klein. So, also von der Lampe kommt jetzt ein roter? Nee, von der Lampe kommt jetzt ein... Ein brauner und ein gelber. Ein brauner und ein gelber. Genau. Oder beziehungsweise eigentlich ist das braun-weiß und schwarz-gelb. Genau, und schwarz wird an schwarz angeschlossen und braun wird an rot angeschlossen. Gut. Das habe ich jetzt allerdings gemutmaßt, weil da sind die ganzen grün-gelben drin. Okay. Das ist Masse. Aber das werden wir jetzt dann feststellen, oder? Man kann es hier auch sehen. Das Gehäuse ist Masse. Das ist der schwarze. Das ist der Massekontakt. Okay. So, das war es eigentlich jetzt schon. So, und jetzt kommt der Stecker der Lampe wieder rein. Da wieder rein. Und fertig. Okay. So, das war es eigentlich schon.